ARD Text im Auftrag von Funk Das habe ich mir gedacht, aber jetzt muss ich mal was testen, weil wenn ich jetzt die Karte hier nach oben schiebe, genau, das geht nämlich, die sprengt die andere, dann habe ich hier einen ziemlich guten, robusten, oh oh, was macht sie jetzt? Transmutation. Okay, die verwandelt Karten von sich in Karten von mir. In dem Fall hat dir das gerade aber überhaupt keinen Vorteil gebracht. Das ist gut. Das ist echt gemein mit ihren Bombenkarten, kann die irgendwie voll die, die Regeln des Spiels umgehen eigentlich. So, ich glaube, wir sind wieder live, oder? Ja, okay, gut. War gerade kurz die Verbindung weg, keine Ahnung, aber passt schon. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte cheaten. Mit meiner Cheat-Marke. Wer hat, wer hat was mit einer Heizung? Was ist los? Ach, weil da eine Heizung-Emoji wäre natürlich cool. Okay, also, jetzt passt es auf. Ähm, wie war jetzt der Plan? Jetzt passt es auf, ich habe mir was überlegt, wie es funktionieren könnte. Ach so, aber ich kann die nicht verschieben. Mein Plan funktioniert gar nicht so, wie ich das gern gehabt hätte. Warte mal, ich glaube, es geht trotzdem. Warum kann... Ah, shit. Moment, ich glaube, er funktioniert trotzdem. So. So. Sehr schön. Und so und vorbei. Ja. Cool, dann nehme ich mal sie. Sie ändert immer wieder ihre Rüstung. Ehrlich gesagt, wäre die... 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 Detorator-König-Karte irgendwie interessanter, finde ich. Aber sie ist quasi die Heldenkarte. Ich will die sammeln, die Mona. Sehr schön. Was bedeutet eigentlich bei seiner Karte, muss ich mal gucken, dieses... Ne, warte, ich will dich schon behalten. Nur du hast so ein ganz komisches Symbol da unten. Schlag. Was heißt Schlag, bitte? Können wir das irgendwie... Beim Ablegen alle Pfeile gleichzeitig schieben. Kann ich dann die Karte gleichzeitig nach oben und nach links schieben wahrscheinlich, oder? Das ist nicht schlecht. So, wie spät ist es denn jetzt? Kurz nach 10. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss mit Shovel Knight. Und spielen die letzte Stunde noch schnell was anderes. Ähm... Ach so, warte mal kurz. Deine Karte kriegst du nicht zurück, du Nerd. Ich hab... Die habe ich absolut fair gewonnen. Nein, das... Darum geht es doch gar nicht. Du hast doch ein Luftschiff, oder? Mein nächstes Ziel ist echt weit weg. Wenn du mich mitnimmst, hast du was bei mir gut. Vielen Dank schon mal im Voraus. Äh, eure Majestät. Ach so, ja, okay. Cool. Neuer... Neuer Händler oder so wahrscheinlich auf dem Schiff. Alles in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen, bevor du dieses Gebiet betrittst. Jetzt, ja, das ist in Ordnung. So, ich hab mir nämlich gedacht... Also, ich hätte mir nämlich noch echt gerne heute... Äh, Runner 3 angesehen. Tschüss. heavesäheu... the sound... ... 하다 jetzt... ...